Hallo Leute, ich bin's, euer XXDarkSonicXX. Ich melde mich zurück aus der Pause, aus der Unterbrechung. Viele von euch hatten wirklich Schiss gehabt, dass ich es lasse und zwar für immer. Ich habe euch aber auch gesagt, dass es nicht der Fall sein wird. Ja, hallo Kyoko. Kyoko möchte auch euch ein paar Worte dazu mitteilen. Sie freut sich auch riesig, dass ich wieder dabei bin. Und wie es vielleicht einige von euch erfahren haben, habe ich ja geheiratet. Und diese Hochzeit habe ich in einem Sonic und Baby-Style gemacht. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, werde ich es natürlich am Ende des Videos nochmal für euch zeigen. Habe es dementsprechend bearbeitet, weil der Standesbeamte, Mitarbeiter es leider nicht gelernt hat, online gezeigt zu werden. Habe ich diese Person leider ausschneiden müssen, ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Man merkt den Unterschied zum Glück fast gar nicht, aber naja. Und ich habe noch eine negative Mitteilung an eigentlich nur eine bestimmte Person, aber die wird nicht in diesem Video erwähnt, sondern erst in dem nächsten. Und somit wünsche ich euch viel Spaß und hoffe, dass ihr euch erfreut an meiner Rückkehr. Ich freue mich, ehrlich gesagt, riesig. Was den Dab-Channel angeht, der wird geschlossen. Das Dabben werde ich dafür sein lassen. Ja, leider wirklich sein lassen. Für immer, denke ich mal. Und falls irgendwelche Leute es lustig finden, zu haten, wie auch immer, die Sache scheiße finden, die Hochzeitsidee scheiße zu finden, ist mir das völlig egal. Haters gonna hate und so, ihr wisst ja. Und deswegen werde ich die Haters einfach mal ignorieren. Und den anderen wünsche ich viel Spaß und wir sehen uns zu weiteren Let's Plays dann. Bis dann. Oh, oh, oh. Amen. 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 Amen.